Special Shoutout für ein Spezialprojekt, was wir gerade bei Echte Fraude durchführen, für den tollen Herrn Messe. Unheil für dich immer mehr! Nein, mach einfach! Dazu gehört man es nicht bei der Pauli, da den Nagel in die Wartleibat! Nachdem unser Jumping Warrior Gewinnspiel wahnsinnig gut läuft, Stefan ist nämlich der Einzige, der es bis jetzt verstanden hat. Wir sind heute zum Konzeptionieren in unserem neuen Office, weil neue Ideen brauchen einen neuen Raum und der Pauli hat einen ganz neuen Raum. Ich sitze in der Reitur des Tankings, aber ich habe echt die besten Ideen! Abfahrt! Wir sind gerade dabei, eine Präsentation auf Deutsch zu schreiben, also auf Englisch. This is me, seponsti. I have so day no glasses on, setz why I look so smart. Was ist das an mir? Ja, das ist anders mit dir. Bock wieder auf eine Binderhautentzündung oder was? Hahaha!